So, Hallihallöchen und willkommen zu einem weiteren Pranking-Video. Ja, ähm, äh, ja, ihr wisst ja mit Sicherheit, dass ich ab und zu mal ein bisschen öfters beim Pen drüben bin. Und vielleicht wisst ihr ja auch, dass Pen, müsstet ihr normalerweise wissen durch die ganzen Videos, ähm, bei sich in seiner Base eigentlich überall Obsidian-Boden hat. Und ich hab mir dazu gedacht heute einfach, dass ich da mal ein bisschen was Kleines, ähm, aber Feines mache. Ich mein, der hat mit Sicherheit im Gegenteil bald das Obsidian aus. Ach, dieser Raum, den find ich so geil. Und da hab ich mir überlegt, wie wär's denn, wenn wir ihm einfach ein bisschen unter die Arme greifen und hier und da vielleicht mal ein bisschen, ähm, ja, ein kleines Obsidian-Portal bauen. Ups. Ähm, ich hoffe nur, wir verbauen uns nicht allzu oft. Und ich hoffe auch, dass er nicht allzu schnell kommt, denn ich muss hier erst noch ein bisschen bauen eben. Und ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen andere Materialien mitnehmen sollen. Ähm, ich hab mir gedacht, dass ich's so machen werd. Ich werd, äh, viele Parteile bauen, wie es geht jetzt hier aus dem Obsidian, das ich jetzt hab. Mehr konnte ich jetzt jetzt vorerst mal nicht verfarmen. Und ich werd einfach so überall ein bisschen verstreut, ähm, so ob viele Parteile bauen, wie ich jetzt hier eben machen kann. Ich kann mir den Boden, kann ich mir ersparen, das heißt, ich brauch nur 8 Obsidian für ein Portal. Und, ja, am Schluss werden wir die alle anzünden und dann schauen wir mal, wie es sauer schaut. So, hier kommen wir schon zu dem ersten Problem. Hier hab ich keine Zuständigkeit mehr. Nein! Aber egal. Ähm, hier hab ich nochmal einen Zinn geklatscht. Eigentlich, ne, ich glaub anzünden, oder? Ja, herne, vergesse ich's. Ich zünde einfach schon mal alle an. Wenn's gehen würde. Kann man die gar nicht anzünden? Ist das, weil's verboten ist auf dem Server? Ah, könnte sein. Ja, okay, dann geht das gar nicht. Ähm, naja. Dann haben wir halt nur die Portale. Ist auch okay. Ähm, genug zu tun hat er ja dann trotzdem. Und ich hab vorher grad gesehen, ähm, Er ist eigentlich erst seit 46 Minuten off. Ich frag mich, was der immer macht. Das ist schlimm. Weil mich hatte das... Oh, hier darf ich gar nicht bauen. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Oh Gott. Weil ich hatte das eigentlich schon eh einmal vor, aber immer wenn ich on war, war der Kerl auch on. Das war schrecklich. Projekt hätte eigentlich schon Ewigkeiten mal starten sollen, aber wie gesagt, nie dazugekommen. Schlimm, schlimm. Aber jetzt ist es soweit. Und überall, wo ich irgendwie ein bisschen portalmäßig was bauen kann, kommt jetzt ein Portal hin. Auch wenn's nicht funktioniert, ist egal. Er freut sich mit Sicherheit drüber. Das Problem ist, weil ich, ähm, Problem ist es nur, ich weiß nicht genau, wo ich dann Schilder platzieren soll. Für den, ähm, dafür, dass es eben von mir ist. Oh, hier kann ich nix machen. Komm, bau dich ab. Oh, ich hasse es immer, wenn man kurz davor loslässt. So, 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 so. Ups. Ja, genau, baue ich gleich zwei Failed-Blocks. Das ist mal wieder schrecklich hier. Ich hoffe nur, dass der jetzt nicht onkommt. Das wär nett so toll. Ja, ja. Ich schätze mal, ich setze ihm dann irgendwo ein Schild mal, ah, hier kann ich gar keinen setzen, er ist zu tief, ein Schild dann einfach mal irgendwo, ähm, da wo die anderen Schilder sind. Genau, das könnte ich machen. Also, bei meinem Homepen. Geh mal hier hoch. Ah, hier ist wieder das da. Äh, in seiner Bude, da kennst du dich überhaupt nicht aus. Das ist manchmal echt, aber manchmal echt schrecklich. Äh, geht's hier wieder hoch. Könnt mal hier. Ah, da hinten ist ein Portal. Hier können wir nicht machen, aber hier drin können wir wieder machen. Hier ist, ah, hier ist seine Ohr, sein Ohrraum. Wollen wir doch auch gleich mal ein Portal dazu basteln. Äh, fuck. Ja, ich baue hier mal noch ein paar Portale und dann kommen wir noch mal. Habe ich da jetzt was kaputt gemacht? Das ist so dunkel. Ich habe doch die Helligkeit auf maximal, ja. Aber es ist trotzdem viel zu dunkel. Okay, also ich setze hier noch ein paar Portale. Hier brauchen wir kein Sauerkraut. Ja, ich, ich. Ja, bis gleich. Oh, oh, wir haben mal ein Problem. Penis online. Nein! Geh weg! Gehst du weg! Nein! Oh, wie er kommt jetzt hier zu seiner Base. Das wäre fatal. Der Kerl, der ist echt im Mond. Ich verstehe nicht, wie er das macht. Schrecklich. Nicht zu seiner Base, nicht zu seiner Base. Ich muss mich beeilen, aber ich muss auch noch die Schilder setzen. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Ah, hier darf ich mir nicht mehr rein. Ich sehe sie. Nee, hier auch nicht. Ich muss mich beeilen. Ich habe keinen Bock, dass er das sieht. Zumindest jetzt noch nicht. Ah, hier ist das, glaube ich, irgendwo hinterher hingegangen. Genau. Jetzt sind wir hier noch ein Stück. Zack, zack. Zack, 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 zack. Was haben wir hier? Haben wir auch hier wieder irgendeinen Raum? Aber der ist noch nicht fertig. Komm schon. Gib Gas. Ich muss mal wieder was essen. Gucken wir es da hin. Ach, da war schon der Ohrraum. Gehen wir einfach mal noch mal eins weiter nach oben. Und dann setzen wir noch mal hier eins her. Machen wir das doch. Das Ganze ist so und so und so. Genau, dann können wir oben wieder. So, so und so. Wunderbar. Hier sind wir bei dieser Form. Da können wir so, so und so. Oh, und dann ist der im Weg. Das ist nicht gut. Hoppon, 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 hoppon. Ben, warum bist du jetzt schon wieder on? Und weh, du kommst zu mir. Don't do it, man. Don't be a bitch. Kennt ihr das Video? Das ist von, äh, von FPS Russia. Don't be a bitch, Cameraman. Don't be a bitch. So, hier haben wir auch hier irgendwas. Hier ist seine Dingsensform. Können wir hier irgendwas machen? Ja, hier können wir machen. Eins, zwei, drei. Zack, 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 zack. Jetzt haben wir eh nicht mehr viel Obsidian. Ah, hier wäre sein Dingsensraum. Ich glaube, ich setze es hier. Also, ich meine die Schilder. Weil hier ist er eigentlich immer wieder mal zu Gange. Zumindest sollte es so sein. Also, zu viele können wir eh nicht mehr bauen. Ah, und hier darf ich die wieder nicht rein. Er wird schon wissen, warum. Ah ja, hier ist auch gut, dass er es gemacht hat. Da habe ich mal letztens aus Versehen seinen Hebel, äh, bzw. den Button betätigt, ohne Redstone drunter zu setzen. Okay, hier kommen wir wieder zu dem Portal. Dann machen wir doch ganz einfach noch mal eins hierher. Genau. Hier nicht. Jetzt kann ich eh nur noch eins setzen. Und dieses eine, das setzen wir... Hm. Hm, 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 hm. Setzen wir eben das hier rein? Ja, das setzen wir eben hier rein. So, einfach schön in die Mitte. Das passt dann schon. So. Gut. Zwei Obsidian bleiben über. Dann setze ich ihm jetzt hier an dieses Portal, setze ich ihm noch, ähm, ein paar Schilder und dann, ähm, zeige ich euch nochmal, was ich geschrieben habe. Bis gleich. So, soweit habe ich das hier alles mal fertig gemacht. Ähm, auf beiden Seiten habe ich erstmal High Pen geschrieben, wo du das liest. Und dann habe ich einfach mal hier angefangen. Ich habe gehört, du magst Obsi. Als Dank für deine ganzen Ideen und lustigen Sprüche möchte ich mich gerne mit ein paar Obsis revanchieren. Ich bin mir nicht sie, wenn man dann revanchieren schreibt. Also, pff, keine Ahnung. Interessiert eh keinen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. PS, das ist kein Prank von Hoden gewesen. Also, damit kommt er mit Sicherheit nicht auf mich. Also, das ist wirklich der perfekte Plan. Ähm, ich bin mir sicher, äh, er wird, äh, darauf nie kommen, dass ich das war. Außer er wird dieses Video sehen. Überall diese ganzen Obsi-Blöcke. Geht's eigentlich hier hin? Ich weiß es gleich gar nicht mehr. Ah, hier darf ich nicht mehr rein. Ha, ist ja auch gemein. Ja, also. Ähm, ich hoffe, er ist mir nicht böse. Und ich hoffe, er versteht das. Und ich hoffe auch, ähm, euch hat dieses Video gefallen. Ähm, mal schauen, ob ich dazu noch dann ein Antwort-Video bringen kann. Muss, soll, wie da auch immer. Ähm, wo eben ich dann erkläre, was er dazu so gesagt hat. Oder, besser gesagt, was er dazu so gemeint hat. Und wie es ihm, nennen wir es mal, gefallen hat. Dass ich ihm hier ein paar, ein paar Obsi-Blöcke da gelassen habe. Und, ja. Wie immer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus für heute. Servus. Servus.